Wie du die Einarbeitung und Kundenkommunikation deiner IT-Mitarbeiter und Azubis automatisiert verbesserst und in nur 12 Wochen ein perfektes Ergebnis erreichst, ohne dass du dafür selber Zeit investieren musst, garantiert. Genau das zeige ich dir in meinem kostenlosen Webinar am 15.06. Du als IT-Unternehmer kennst bestimmt diese Probleme. Du bist gestresst, weil das Onboarding von neuen IT-Mitarbeitern unheimlich viel Zeit klaut und die Qualität sehr schwankt. Wie schön wäre es doch, wenn man das automatisieren könnte. Und andererseits, deine etablierten Mitarbeiter verärgern immer wieder Kunden in der Kommunikation mit Sätzen wie, diesen Fehler gibt es nur bei ihnen oder ich würde es in den zuständigen Kollegen weiterleiten. Nun, in meinem Webinar zeige ich dir ganz genau, wie du diese Probleme lösen kannst. Wie du die Einarbeitung und Kundenkommunikation deiner IT-Mitarbeiter und Azubis automatisiert verbesserst und nach nur 12 Wochen ein perfektes Ergebnis erreichst, ohne dass du selber Zeit investieren musst. Melde dich jetzt für das Webinar an. Ich zeige dir genau diese Tricks. Dein Mike Bergmann.